Du 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 duae Du 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 Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARC mit dem brakalone Hało Läuf bei uns So、、 wir sind ja됐nó durch meine… Koordena-zion ähh . Ist es falsch gelaufeulative? Ähm, ja jetzt folgen wir mal Bracalone, der bringt uns jetzt nach Hause hoffentlich Ich glaub das war da hinten, also Einem Strand einfach entlang hier lang Und nicht hoch Ja, ach Gott, ich sag mal so, solange man nicht unbedingt gegen große kämpfen Ich bin gerade am überlegen Hast du von dem Narkosezeug? Haben wir schon Narkosezeug? Haben wir Bären dabei? Ich hab bloß 4 Ich hab gar nix Du hast gar nix, okay, dann lohnt sich das nicht Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, wir tun so Der da vorne Der Spino Ja, und der, die Luft Ich muss definitiv mehr auf Schaden gehen So Wir brauchen viel, 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 viel Haut für die Sattel später Weil ich kann jetzt, äh, Driceratopsattel machen Und ich kann Raptorsattel, hab ich jetzt gelernt Und, ähm, das wär nämlich ganz cool, wenn wir dann zumindest für den Driceratopsattel hätten Ja Dann ist auch das Sammeln von den Bären viel, viel schneller Also es geht ums, ich glaube ums, hundertfache schneller Weil du kannst dann einmal mit dem Driceratops drüber gehen Und dann hast du gleich mal so um die 30 Narko-Bären, zum Beispiel Ja, das ist gut Da ist noch so ein kleiner Ähm, lassen wir mal links liegen, würde ich fast behaupten Achtung, denk dran, dass hier war irgendwo der Kanon der Velociraptor, ne? Ja, da vorne ist einer Der kämpft gegen Fliegen Na, wenn's ihm Spaß macht Oh, der Velociraptor ist tot Wohl gemerkt, ne? Sind die Fliegen aggressiv? Ja Dann geh ich nicht hin Du siehst ja Ich mein, einzeln sind die nicht stark Aber wenn die in ganzen Schwarm, äh, kommen Mhm Oh, der Dillo versucht auch gegen die Fliegen zu kämpfen Sieht schon lustig aus Okay Ja Hier sind viele Dillus, mal davon abgesehen, ne? Hier ist generell viel los Also hier in dem Gebiet jetzt Ich will gar nicht wissen, wie es bei uns zu Hause aussieht Ui Oh, wärst du, was jetzt richtig übel wäre? Nee, ich will's nicht wissen Gut Ich sag's dir trotzdem Wenn wir jetzt zu Hause ankommen Und da T-Rex oder sowas gespawnt ist Und unsere Viecher angegriffen hat Oder unsere Viecher frisst, wenn wir kommen Ja, natürlich wunderschön Aber wir haben ja eigentlich einen Zaun, ne? Der T-Rex müsste erstmal den Zaun zerstören Und ich glaub, der geht nicht an Player-Zäune dran Um irgendwo, äh, um an Futter zu kommen Ich weiß es nicht Ich hab Angst um mein Tier Weiß es auch nicht Naja, das wär mein Merke Gut So Ihr seht mal doch vorhin in der letzten Folge rüber Oder? Von mehr, also von der anderen Seite Ja, ja, genau Dann müsste man jetzt irgendwo hier lang Hier lang? Hoffe ich Ach Ah jo Natürlich Warte, hier lang Guck mal Ähm Da hoch Warte Genau Genau Da hoch Und gerade auf der anderen Seite rüber Genau Ich glaub von dem Standort aus hier Sieht man das Sieht man den Wasserfall sogar schon Also von hier Von der Seite Die Sonne nervt Ich seh gar nichts Ja, die Sonne ist echt nervig Die ist ein bisschen zu grell eingestellt Hier Hier Nee Hier nicht Boah Warte mal Ich renne mal hier vor und guck mal hier runter Wenn es auf der Seite jetzt nicht ist, dann will ich es nicht Boah, dieser Ruckler Oh, da unten ist noch ein Spino Ja, ich seh's Oh, da geht's rein, was gibt's da? Wo denn? Ach, in diese Höhle So ein Durchgang Ja, da ist so ein weißer Strahl, wo der runterführt Mal da hin jetzt Und, ist was gescheites drin? Oh, du bist noch gar nicht dort Bin ja nicht dort, ich guck mir grad nur die Landschaft an Ach, guck mal Kleidung Sehr schön Du hast mal, ja, in der letzten Also nicht in der letzten Folge, sondern nach der Aufnahme so schön Kleidung gemacht Ich hab's gefunden Da hinten? Da hinten ist es rechte Seite Das heißt, wir müssen Oh, da ist ein Krokodil auf unserem Weg Ah ja, ich seh's Das heißt, wir müssen wieder runter Boah, ich dachte, ich flieg runter Ah, spring bloß nicht ins Wasser rein Alter Da sind bestimmt wieder voll die Piranhas drin Das heißt, wir müssen hier wieder zurück Über das Wasser, wo wir vorhin drüber gegangen sind in der letzten Folge Am Krokodil vorbei Oh, Vorsicht, Wasser Und dann rüber wieder Und dann da außen rum Das sollte machbar sein Sollte machbar sein Wir müssen zu dem Krokodil Ja, definitiv erstmal zu dem Krokodil Okay Ich mein, wir haben genug Pfeile Sollen wir versuchen, ihn zu töten? Bitte, am liebsten noch ein kleiner Runterspringen und rüber Aber Würde ich dir nicht empfehlen, wegen den scheiß Piranhas Die sind viel zu OP, ein bisschen Eben Weil wenn da so drei Ich mein, gegen einen, okay Da kannst du ja noch fliehen Aber wenn du dann drei Stück am Arsch hast, ne Dann bist du schnell gefressen Ich mein, so kämen wir auf jeden Fall auch sehr schnell wieder zurück Aber dann verlieren wir alles Ja, dann ist alles weg Obwohl wir jetzt auch nicht wirklich viel dabei haben Mal davon abgesehen Ah Egal Aber will ich trotzdem nicht Ich will nicht sterben, nur weil es bequemlicher ist, dann irgendwo hinzukommen Bist du tot? Ne, ne Wissen du Hm, ich bin hinter dir Okay Dann lauf ich weiter Ja, wir müssen aber gut zusammenbleiben, ne? Ich muss jetzt was trinken, Moment Ist immer wichtig, was trinken So So Okay, weiter geht's Also wir sind zumindest schon mal auf der richtigen Seite Oh Warte, stopp Ich hab's eben gesehen, ja Töten? Versuchen zu töten? Können wir machen Ich mein, wir sind ja stark, ne? Wenn du sagst ja, dann Ich greife an Los Okay Zack Wie geil Er hängt fest Geil, okay Haben wir, haben wir eine Steinschleuder dabei? Ach, der ist ja schon tot Ehrlich? Ja Tatsache Du hast dich vielleicht schwach angestellt Immer drohen Ja, gut Hol mal raus, was wir kriegen Zack, 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 zack Oh Was? Mein, ähm Meine Achse ist kaputt gegangen Ja, meine Achse Meine Spielzeuge ist kaputt gegangen Okay Okay, kaputt Ach guck mal, die sind auch neu hier Die kleinen Guck mal Siehst du den? Da oben den kleinen Flieger Huch, den Fliegenden hier Was? Da hier, guck mal Achso, ach der Der kleine ist auch neu Ah, cool Kleine Flugsaurierart Sind auch Fleischfresser Ach guck mal, da landet der Oh, doch nicht Nee, töte ihn doch nicht Wollt einfach Du wolltest es einfach Ja Wieso rennt hier eigentlich jetzt ein Spinosaurus rum? Einfach so Ach guck mal, das ist die, die, die komische Ebene, wo wir den ersten, ähm, Parasaurus getamed haben Ja Ich, ich rieche schon die Heimat Die stinkt, ich weiß, ich riech's auch Bestimmt vollgeschissen von den Dinos, wir müssen mal sauber machen Boah, das ganze Gehege Ich wollte mal den letzten Stego tamen Äh, nicht den Stego, den, äh, den Spino Und, ähm, war doch schon gut Also, hab dann gekämpft und hab ihn dann betäubt Und dann ist der, ist das Vieh im Wasser umgekippt, ne? Und ertrunken, oder? Und ertrunken Ach, Gott Ja Ich hab erst gedacht, jo, gut, super, alles klar, alles easy Hat halt da im Wasser gelegen und hat dann halt so halbwegs geschlafen Ja Und dann auf einmal, äh, denke ich, was ist jetzt los? Frisst nichts mehr, war er tot Total bescheuert Ah, da ist es Und? Und? Es steht noch alles Die Tür ist zwar auf, aber es steht noch alles Wie, die Tür ist offen Die Tür ist offen Ah, furchtbar Ach, guck mal Da drüben ist, äh, äh, neben dem Kano ist ein Velociraptor gespawnt Ah, ja Ich seh's So, hallo Wenn's zwei wären, wär das ganz cool Da ist ein Dillo nebendran Okay, ich geb erst mal den Loot ab Bestimmt Was haben wir denn hier noch drin? Hier ist nichts drin Hier ist Metall drin, das nehm ich mal mit Oh, der ist Level hoch Der ist Level hoch, der ist Level up Der Kleine Auf Gewicht Der Raffiner ist auch Level up Oh, die hat Fiber Oh, die hat Fiber, das ist gut Das nehm ich jetzt mal alles mit Und du darfst noch ein bisschen mehr tragen Und die hier ist auch Level up Die darf Oh, die hat Oh, sehr schön So Raptor, was brauche ich hier für noch Wie viel, wie viel Haut hast du denn noch einstecken? 179 Kannst du mir die geben? Nein Okay Dann eben nicht Ich bin oben Ich bin hier oben bei den, bei den Dinos Ja Ich danke dir Wieso ist es mir eigentlich so warm? Mir auch Also gut, dann ist es nicht nur mir Es ist ja auch Wie viel Grad sind es? 42 Grad So warm? Kann es nicht warm sein, ja Okay, da haben wir ja auch die letzten Tage ein paar mal geschwitzt, ne? Oh ja Was hast du gerade gemacht? Ich habe 33 Erfahrungspunkte bekommen Ja, pass mal auf Achso, du hast das Ding gemacht Ah, okay Na? Geht nicht Der Lotte ist immer noch Level 1 Ah, nee, Level 11 Kannst du sagen Cool Was hatten die alles da in dem Inventar? Ach, sie fielen, ne? Fiber vor allen Dingen Nee 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 Das ist meine Lieselotte Ach, das ist deine Ach, stimmt Das ist deine Dann töte ich sie Klar Nee, ich will mal was ausprobieren Kann ich damit Ach, guck mal Das sind sogar zwei Velociraptoren da drüben Ein grüner und ein roter Die müssen wir tamen Die lassen wir am Leben Und dann tamen wir die Okay Kann ich damit die Tür Cool Oh, nee Das wollte ich nicht so Achtung, warte Von da Wo? Ja Ui Wegfliegt's Ja Der Dillo Der dich angreifen wollte Achso Okay Ähm Kannst du mir kurz folgen? Ja Guck mal Ich kann zum Beispiel Hier auch An die Bäume gehen Und einfach mal So Turch sammeln Aber das bringt Nicht viel Bei Bei dem hier Ich seh überhaupt nichts Immer grad aus Ja gut Hier ist ja schon Das was ich haben wollte Achtung Stell dich nicht zu mir Ich zeig grad jetzt mal Bei mir Aus meiner Perspektive Wie viel Wie viel der sammelt Du wirst angegriffen Oh Du wirst von mehreren Angegriffen Pass auf Hinter dir So Erwischt Wie weit die fliegen Naja Der ist tot Wo bist denn du grad? Hier Oh da ist ein Raptor Der rote Raptor Ist hierher gekommen Da direkt Ah ok Boah Boah was hat mich getroffen Der Stego Der trifft mich auch Der trifft mich hart Bleib dran weg Bleib dran weg Die Stegos sind richtig übel Wenn die hauen Dann hauen die Wer gewinnt? Der Stego Ja ok Ja komm Egal ich will ja eigentlich mal hier hoch zu den Pflanzen An den Berg Warte ich lute den noch Da hat der noch was Oh der hat Und mir fällt grad auf dass hier die Bäume wieder gekommen sind So muss sein Ah jo definitiv Oh das wird ein richtiges Vergnügen hier Oh Willst du dann auch mal? Ja Ich will sehen wie das ist Leute Ok komm Wo bist du? Wo bist du? Ich bin den Berg hochgegangen Hinter den Felsen Diesen Lootberg mit den ganzen Gräsern dran Ah ja ok Ich hab dich Jo Einfach drüber gehen Und dann die Angriffstaste Also die linke Maustaste machen Ist voll heftig oder? Ob ich den nicht aufmache Ich sehe das gar nicht Du kriegst du das oben nicht angezeigt Wie viel der einsammelt? Ah jetzt Der hat das gerade nichts getroffen anscheinend Das einzigste was du aufpassen musst Ist dass du nicht zu viel machst Weil die Bleib mal kurz stehen Bleib mal kurz stehen Ja Äh ne ist noch ok Bei ihr ist es Wege Ähm Ähm Was war's? Ah mir fällt es jetzt gerade nicht ein Wegen dem Wegen dem K.O. Ne Weil die gehen nämlich nach einer Weile auch K.O. Wenn du zu viel machst Und denn ihr Energieleister eigentlich schon weg ist Ok Ja klar Das einzigste Schade was ich finde ist dass die halt kein Fiber sammelt Ne Ok ich mach mich auf den Rückweg Jo ich komm auch Er war richtig cool Und praktisch so ein Ding Definitiv Ja Einfach Ach wir können Ausdauer mehr Ja das ist halt blöd ne Die Ausdauer geht sehr schnell Äh geht sehr schnell weg bei denen Hier liegen noch voll die Leichen rum Leichen? Ja hier die los Ah eigentlich äh Bräuchte ich ja Haut ne Ach alles geht kaputt Jaja So ich will aber auch was ausprobieren Und zwar Achso habe ich jetzt logischerweise nicht mitgenommen Natürlich nicht Ok Egal Wenn du wieder da bist sag Bescheid Weil ich habe nämlich 2-3 Sachen noch gelernt Die ich äh Gerne ausprobieren würde Oh da ist noch Metall Das ist ganz Kann ich eigentlich schon so eine Schmiedestation bauen? Also ich kann das hier bauen eigentlich Kann ich auch schon einen Schmiedetisch bauen? Ein Schmiedetisch Tisch Wunderbar Nee erst mit Level 25 Okay dann baue ich das andere noch nicht Okay Bin da Wunderbar Komm her Ach du bist da oben Okay Ich dachte Lässt du denn hier vorbei oder was? Jaja ich ich brauche äh von von Lieselotte brauche ich das Zeug Aha So und zwar hätte ich gern Holz So Und so Hat die noch mehr Holz? Nee Glückwunsch Kriegst du aber viel von mir ne? Ja Auch Ja So die nehmen wir mal mit Das Die hier auch Das hier Wichtig 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 Gut Cool Noch Immer schön die Tür schließen Ich frag mich wo der Kano hin ist Ah Auf unserer Seite Unhöflich Es könnte gut möglich sein Dass der Herr von uns zu Vielleicht sogar bei uns die nächste Zeit mal vorbeischaut Ja Wird mich nicht wundern Jo Dann bin ich beruhigt Machen wir mal zu Wo bist du gerade? Hier Ah Hier ist gut Wo ist das faule Fleisch hier? 98 mal faules Fleisch Geil Da hier Das 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 Zwölf mal Das ist auch gut Das gibt jetzt gleich noch ein paar Level up Oder zumindestens eins Braucht das lang zum Craften Level up So was wollte ich erhöhen? Speed nicht Damage wollte ich erhöhen Genau So hier kann ich Ne Doch Da Schmiedtisch Genau Das 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 Und das Und das Und Axt oder Spitzhacke Ah ich mach Spitzhacke Mach's So ich hab jetzt richtig viel Zeug erlernt So ich hab jetzt richtig viel Zeug erlernt Und ich brauch auch richtig viel Zeug So ich hab dann auch Brücke übrig Mhm Heißt du grad okay Ja So dann hätte man das Dann mach ich das hier Und dann will ich noch das hier machen Einmal Zweimal So pass mal auf Ich hab hier was für uns Einmal den hier Was? Ne warte mal Wo stell ich den hin? Ich stell den hier hin Da kommt der viel cooler So Ah Ein Schrank Und Hier so Ne hier so Hier so Hier Hier Ne hier Hier Geht noch so So Guck und hier ein Kühlschrank Das ist ja geil Da hält das Fleisch um einiges länger Und das Und das andere Gemüse Ich lass mal da rein Alles an Fleisch Würde ich da einfach mal reinschmeißen Mache ich Ich kann ja dann noch einen bauen Wenn wir einen brauchen Jo Äh Kein Fleisch mehr drin Allerdings geht's halt nur bis zu deren Menge Also du kannst bloß zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Stacks reinmachen Und das war's dann Das Ding ist voll Die Beeren auch? Eins, eins müssen wir wegmachen Warte mal Die Beeren wollte ich drin lassen Ein Ding raus Guck mal, guck mal auf das Fleisch, ne Aufs erste jetzt Das hat momentan sechs Minuten und 50 Sekunden, ne Ja Wenn du das Spark-Pulver Oder Spark-Powder reinmachst Jo Hat es auf einmal eine Stunde und sieben Minuten Das ist gut Also wir brauchen dann Allerdings Ähm Geht es nach dieser Stunde Oder sowas Geht es dann auch weg, ne Mhm Ja, gut So Es hat aufgehört zu regnen Sehr schön Cool Gut Hier würde ich behaupten Machen wir die ganzen Materialien rein Die wir brauchen zum Bauen Hier ist sowas So Wo noch hat ganz schön was abgekriegt Überall am Reparieren Ehrlich? Also ich könnte reparieren Okay Mach's aber nicht Was kommt hier rein? Ich würde sagen Hier mach mal Die ganzen Ressourcen rein Okay Weil ähm Der erfasst nämlich ziemlich viel Ne Also der hat viel Platz Da kann man das schreiten Ich hol's hier schon mal raus Ja Ich wollte's grad sagen Ich hol auch hier alles raus Dann würde ich auch sagen Dass wir gucken Oh wir haben 16 mal Metall Ich hab hier auch noch zwei Oh und wir haben auch jede Menge Fleisch in der Truhe hier Ah jo Hm Ich schmeiß mal mein Fleisch da jetzt auch noch dazu Dann ist das das Dann ist das die Gammelfleischtruhe Und dann geht die Folge noch Oh die ist rum Ah Die ist rum Die ist schon längst rum Die geht schon 25 Minuten Wenn euch die Folge gefallen hat Äh Gebt mir einen Daumen hoch Kommt auf dem Kanal vorbei Um mich zu abonnieren Der Kano hat uns Hat ins Deko draußen gerissen Ne Ah Da ist der direkt vorne dran Ich würd sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Kommt beim Bracalone vorbei Bis dahin Tschüss Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin